Recht herzlich begrüßen im Schützenzelt und wünschen euch heute einen schönen Aufenthalt auf der Wiesn und natürlich beste Stimmung im Schützenzelt. So liebe Gäste, und jetzt nimmt jeder seinen Moskrupp zur Hand, aber wirklich jeder. Und jetzt probieren wir die schönste Wiesn-Prosit, was es überhaupt gibt. Haben wir alle Moskrupp aufgetaubt und hören auf den Korn und in den Boxen. So, und jetzt geht's los. Die Grüge, die Grüge, die Grüge, die Grüge, ein Grosik, ein Grosik, ein Grosik der Grosik, ein Grosik, ein Grosik der Grosik. Ja, ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die singen Scheppern. Sie singen, N-N-N! Ruh!